Hey Leute, ähm, ja, ich hatte mal wieder ein kleines Problem mit meinem Computer, die deswegen, ja, er merkt schon, neu angefangen, ich hatte hier schon was gebaut, aber, nun ja, äh, weitere Änderungen, wenn man das denn, da, da haben wir doch eine weitere Änderung, genau, ähm, ich habe bei meinem Neuanfang von dem Ganzen, ach nee, warte, äh, ja, eine andere Kreatur genommen, diesmal die Kuh, weil ich, ähm, mit der noch nie gespielt habe, um ehrlich zu sein, und ich das einfach mal interessant fande, ähm, ja, was, wie, kann ich nicht, na, das ist ein Weicher, Moment, müssen wir doch grad mal, Statistik war das, Kreaturstatistik, da haben wir's doch, du Spinn, ja, die müssen wir wohl noch ein bisschen aufbauen, Ja, klar, den ganzen Kram muss ich da noch beibringen, äh, was ich jetzt als erstes machen werde, ist die Kreatur einmal ausschließen Ja, wenn sie dann mal durch ist, weil schnell ist sie jetzt nicht zwingend, da arbeite ich noch dran, seht ihr ja, bei der Fitness, die ist auf, warte, 60, 70, 70%, genau, Uh, Text rein, raus, nein, 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 ich weiß nicht, ob ich den Text aktiviert habe, das habe ich ihr schon beigebracht, dass mal eben, äh, ja, manche Armeen eben kalt machen sollte, gut, jetzt zu den Leuten hier, jetzt erstmal, Bekehren der Schöpfung zum Schöpfen bekehren, was machen die dann, schlendert herum, arbeitslos, hm, hm, das können wir ja nur zu gut aus dem Fernsehen, Moment, Ja, Mauern sind für die Sicherheit der Stadt unabdingbar, nur eine Mauer vermag die Wikinger aufzuhalten Klicke mit der Aktionstaste auf den Turm, bestimme den Mauerverlauf und klicke nochmal Habe ich ja jetzt gemacht, bauen wir eine Mauer auf, ja, okay, warte mal, äh, ich glaube, dafür muss ich erstmal den ganzen Kram an Erd uns zusammensuchen, Wieso kann ich das gerade nicht bauen? Ah, jetzt! Da! Die Leute haben sich an die Altäre erinnert! Auf Altären könnt ihr göttliche Wunder vollbringen! Wir sollten sofort einen bauen! Ähm, ja, jetzt nur mal zur Erklärung, warum ich die, also den, ähm, ja, das Lagerhaus hierhin gebaut habe und den Altar dahin, ganz einfach, um mein Gebiet zu vergrößern, weil der hier wird ungefähr so groß, nehme ich mal an, Und der Altar, der geht bis kurz vor die Mauer mit seinem Einfluss, genauso wie hier, das ist ja auch nochmal eine Riesenecke Ähm, wie wär's denn damit? Macht ihm mal kalt Ähm, gut, was brauchen wir denn jetzt? Erd brauchen wir als erstes Allerdings, da können wir doch Abhilfe schaffen, dann nehmen wir uns doch mal einen Menschen Bekehrter Minenarbeiter Ein Minenarbeiter Förster brauchen wir eh, geht schon klar Bekehrter Förster Da haben wir einen, der noch nichts zu tun hat Bekehrter Minenarbeiter Der wird auch zu Minenarbeiter Dann haben wir hier Felder Die kennt ihr ja auch schon vom letzten Mal, denke ich doch mal Hm, Feld anlegen, genau Gut, jetzt erstmal einen Weg Zum Gehege Gut gemacht, erstaunlicher Ihr habt eine Mauer gebaut, die uns vor den Wikingern schützt Nein, ich will Gute darrichten, nicht so etwas Ja, mein Kreatur ist hier schon ganz eifrig Ähm, dann mach ich mal einfach hier hin Kann ich das Tor aufmachen, eigentlich kann ich dann reinlaufen Ähm, ja, mal gucken Dann, mal sehen Was machen wir jetzt Wir bauen Häuser Und zwar Ähm, wirklich gerade Straßen Das ist immer so eine Schwierigkeit hier Gerade Straßen zu ziehen Hat teilweise einfach nicht funktioniert Wie ihr da seht, ist es ein bisschen krumm Liegt teilweise am Gelände Teilweise, dass man mit der Maus eben nicht ganz so gerade die Nummer ziehen kann Soll eure Stadt rasch wachsen, braucht ihr viel Nahrung Euer kleiner Liebling kann euch bei der Ernte helfen Hm, jo Ihr müsst ihm nur in der Nähe eines Feldes die Rolle eines Sammlers zuweisen Öffnet das Menü Rolle der Kreatur, um der Kreatur eine Rolle zu geben Wählt den grünen Sammler-Button Dadurch ändert sich die Rolle der Kreatur und ihr nehmt die Leine in die Hand Göttlich Doppelklickt jetzt mit der Aktionstaste auf das gewünschte Einsatzgebiet Seht ihr den Kreis um die Flagge herum? Innerhalb dieses Radios sammelt euer kleiner Liebling Rohstoffe oder erledigt andere Aufgaben Dann bringt er die Rohstoffe ins Lagerhaus Im Moment ist euer Liebling kein guter Sammler Er nimmt immer nur wenig Getreide mit Er ist ein Sammler der Stufe 1 Investiert ein bisschen Tribut, wenn ihr seine Stufe verbessern wollt So arbeitet er viel effektiver Himmlisch, nicht wahr? Ihr könnt euren Liebling auch zum Krieger, Baumeister oder Alleinunterhalter machen Als Baumeister hilft euer Liebling bei sämtlichen Bauvorhaben in der Stadt Und als Krieger kämpft ihr in deiner Armee Unsere Kreatur ist noch klein und kein echter Krieger Investieren wir ein bisschen Tribut in ihren Kriegerwert Machen wir das Biest gefährlich Äh, ja Natürlich könnt ihr ihm auch seinen freien Willen lassen Dann macht er, was er will Und was ihr ihn gelehrt habt Eine Kleinigkeit noch Jede Rolle schränkt natürlich den freien Willen deiner Kreatur ein Ja, je länger sie in einer Rolle bleibt Desto weniger frei ist ihr Wille Lasst ihr sie zu lange in einer Rolle Wird sie vom Haustier zur Maschine Ja, aber das dauert relativ lange Im Kreaturmenü auf dieser Leiste Kannst du einen Blick auf den freien Willen der Kreatur werfen Mit einem Klick auf freier Wille Könnt ihr euren Liebling von seiner Rolle entbinden Experimentiere doch ein bisschen mit den Rollen rum, Boss Mal sehen, ob unsere Stadt da durchwächst Und wenn wir angegriffen werden Machst du das Vieh zum Krieger, ja? Ja, ganz sicher Gut, dann Was machen wir denn jetzt mit Ja Lassen wir ihn nochmal kurz trainieren Dann den Baum ins Lagerhaus bringen Wenn er ihn danach nicht fallen lässt Und dann lassen wir Getreide sammeln Damit wir die Aufgabe hinter uns haben Wenn er sich dann mal bequemt hat Klar Muss man natürlich auch immer Bedenken finden Im Aufgabenmenü könnt ihr nachsehen Welche Aufgaben noch zu erledigen sind Einmal trainieren Wenn die Griechen bauen Mauern Die werden sie brauchen Schick Truppen zu ihren Stadtmauern Ich kann die Griechen nicht länger dulden Ich muss handeln Dann sammelt er jetzt ein bisschen Holz ein Wieso, warum auch immer der nicht fallen lässt Die anderen Kreaturen haben den bis jetzt immer Fallen lassen Also der Baum Nachdem die trainiert haben Ich weiß auch nicht Aber gut, dann Nun ja, was soll's Das ist ja egal Ja, nimm mal ein bisschen Getreide und lager das ein Dann können wir da mal Ja Ein bisschen sammeln Dann können wir auch mal gucken Wo haben wir denn Kreatur da 3000 Nahrung Unterhält fünf Menschen Zwei Armeen Uhuhu Zwei Armeen Das ist jetzt auch so ein Ja So eine große Sache Allerdings sind die 3000 Nahrung ein wenig Ja Ein bisschen was zu tun Mit hin und her rennen Ja, bis außer Atem ist ganz cool Weißt du Weil Dann wirst du fitter Hoffe ich doch zumindest mal Und schneller Und dann kannst du auch besser Was auch immer Feindlichen Truppen hinterher rennen So eine Sache Die mir dann So spontan in den Sinn kommen würde Gut 1200 Mal sehen auf wie viel wir jetzt kommen 1500 300 an Äh Ja 3000 an Nahrung Das könnte natürlich alles Alleine erledigen Allerdings habe ich dann keinen Bock Den freien Willen einzuschränken Ähm Das ist teilweise ein bisschen Blöd Was ich mich gerade frage Was dann Irgendwer da draußen macht Weil das die Jenseite da wummert Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt Aber Das stört mich gerade echt Ich glaube, ich muss da gleich mal Nachgucken, was da los ist Okay, ich gehe da jetzt mal nachgucken Gut gemacht, Herr Ihr habt einen Altar gebaut Okay Ich bin wieder da Was macht mein Kreatur mittlerweile Wahrscheinlich holt sie sich gerade was zu essen Kann sie aber knicken Also das Getreide Oh Das fällt Ernte ich ab Das klingt doch ganz gut Macht er automatisch Hm Wenn er das automatisch macht Dann Muss ich ihm das ja nicht mehr befehlen Ah, okay Da gibt es auch Wir brauchen eine Macht namens Mana Durch Gläubige könnt ihr sie auffüllen Nur zu Bekehrt einen Gläubigen, Meister Ich habe mich gerade gewundert Ich habe nämlich den Wikinger-Häuptling Äh, ja Gerade abgewürgt Hm Bekehrter Gläubiger Durch den Gläubigen erzeugt der Altar Mana Je mehr Gläubige ihr habt Desto mehr Mana wird produziert Oh, noch mal Wunder kosten Mana Gläubige produzieren Mana Ah, das Leben ist so einfach Wenn du Menschen auf dem Altar absetzt Kriegst du auch Mana Ah, okay Der Mensch ist dann weg Aber was soll's Oh ja Ihr könnt Wunder auch mit Tribut bezahlen Wunder sind äußerst mächtig Sie können Gutes bewirken oder Die Welt ins Chaos stürzen Herrlich Dieser Altar hat bereits ein Wasserwunder Probiert es bei diesem Feld dort aus Legt das Wunder auf dem Feld ab Um Letzteres zu gießen Gießen Ich hätte etwas Brutaleres erwartet Aber probier's ruhig, Boss Dies ist das Land der Wikinger Alle eindringen Ihr habt ein Wasserwunder vollbracht Gut gemacht, Herr Bewässer ein Feld Bewässer ein Wald Kreatur unterhält fünf Menschen Alles gleichzeitig Äh Ja, das mit dem Beibringen Von Sachen Das erhebe ich mir dann Für Nachher eventuell aus Baut nur und nährt unsere Zerstörungswut Da kann ich Abhilfe schaffen Bekehrter Gläubiger Opfern werde ich hier natürlich keinen Weil ich bin ja der Gute, gütige Gott Der Ja, an den Leuten alles recht macht Oder so Wie auch immer Hm Wenn sie bauen würden Dann könnten sie natürlich Das auch bauen Hm 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 Sehr schön Mana brauchen sie Hm Was sehen wir sie noch Alle brauchen Sonst ist alles okay Die brauchen nur Mana Wofür sie auch immer Mana brauchen Ich weiß ja nicht Also rein theoretisch Brauche ich ja Mana Um Wunder zu vollbringen Allerdings Wofür brauchen Menschen Mana Ich weiß es nicht Und ich werde es wahrscheinlich Auch nie wissen Gut Dann Können wir jetzt mal anfangen Mit Hm Der Kreatur was beibringen Fangen wir doch mal an Mit den Sachen Die sie nicht weiß Ab und zu unterhalte ich Unsere Dorfbewohner Ja Das Darfst du machen Das ist ganz okay Aber wir